wieder mal ein video der marke anders ihr seht mal wieder ein bisschen gesicht muss auch mal aus der bad der muss mal gasse geführt werden wir kümmern uns heute um die l1 taste bei fieber ich lasse das ganze erst einmal so ein bisschen schnell durchlauf kommen werde da gleich wieder mal eine kleine katze machen und euch erklären was ich tue grundlegend ist es wirklich dass wir jetzt mit der l1 taste arbeiten wollen also heißt die doppelpässe schicken zwischendurch wird auch ein kleines druck hinkommen aber das ist erstmal nebensächlich wie ihr schon seht ich arbeite auch wieder mehr mit hohen bellen hier sehen wir zum beispiel gerade eine schnelle situation ich habe mit absicht auch die situation mit reingenommen wo ich verkacke und die verkacke ist sehr oft naja aber wichtig ist wirklich dass euch an dieser l1 taste gewinnt und vor allen dingen wann ihr die benutzen müsst naja also es ist es nicht einfach nur l1 durch triggern und geben er nie sondern wirklich bewusst gucken bei verluste vermeiden auch wenn ich ihn hier gerade wieder verliere naja aber durch ein bisschen abwehren kriegen wir das hin das kommt denen ist auch noch mal tutorial video und wichtig ist halt ihr seht schon so ein bisschen wenn ich mit der l1 taste arbeite dass ich auch diesen doppelpass mache dass mein spieler weiter läuft ohne dass ich ihn extra schicken muss das ist einfach der vorteil daran und vieles ist halt mit auf den spieler gerichtet zu gucken dass wir den look auch schicken wir wollen einfach fleisch vorstor kriegen die veganer unter euch kann auch lauf vorstor stellen das ist mir lax und hier kommt jetzt ein spielzug wo ich wirklich punkt genau nur mit der l1 taste arbeit also wirklich doppelpass schicken doppelpass hier der doppelpass ich habe geschickt dass er weiter läuft habe vorher noch mal auf den anders gepasst um das noch mal ein bisschen zu verzögern weil der gegner wenn wir mit l1 kommen kann einfach nicht alles decken weil wir einfach mit so vielen spielern auf ihn zu rennen dass er nicht weiß wo er sich als erstes hinstellen soll naja sehen wir jetzt gleich bei diesem beispiel ganz gut gegner wieder im ball wir holen uns und jetzt seht ihr hat einfach nur mit den l1 anweisung mehr mache ich nicht das seht ihr hier auch noch mal ja klar ballverlust wieder aber ich ihr könnt euch den ball dann wieder zurück und dem er clever zu läuft und dann wieder einfach nur doppelpass doppelpass schicken noch mal schicken und zack und das alles wirklich nur mit der l1 taste mehr braucht ihr nicht so und jetzt gehen wir das alles mal ein bisschen langsamer durch damit wir da auch ein bisschen aufpassen können wie ihr seht die stellen bisschen zu den ball ab das mache ich auch mit r1 fange jetzt an meine spieler zu suchen und wie ich sie stellen kann jetzt seht ihr schon dass der achter ein bisschen nach vorne steht ich mache noch mal den pass holen wieder zurück der gegner kommt immer noch dass uns wenig platz außen stehen aber so oben ist frei ich drücke jetzt schon l1 dass er direkt läuft mit dem doppelpass kann spielen hier habe ich natürlich verkackt der gegner hat aufgepasst das passiert dann halt bin aber sofort wieder nahe eben weil ich jetzt diese menge an leute vorne habe und auch wie ihr seht bei der ball annahme niemals in den gegner rein drehen immer erst weg drehen und dann könnt ihr immer noch wechseln nächste szene gegner wieder am ball ich stelle einfach nur zu ich gehe nicht mehr aktiv drauf wächst jetzt einfach nur um lassen meine verteidiger wieder zu stellen um in den ball er hat mich keine anspielstation verkacke es wieder ich verkacke es sehr oft so lassen gegner tricksen stellt zu nehmen den ball warte nämlich auf sein bad touch so spiele gucke wieder wen kann ich schicken macht den doppelpass mit l1 so hier kommt der hohe lupfer hatte mich dem vorteil dass der gegner wenn er nicht mit dem stick wechselt nämlich ein spieler von der cpu zugeteilt kriegt so wir haben platz wir laufen natürlich ein bisschen machen den l1 pass das war tatsächlich in 1 pass in die mitte und schließen dann einfach ab auch hier gegner hat den ball schenkt uns einen ein ist jetzt aber auch nicht schlimm so wieder wir gucken erst mal lassen den gegner kommen dass wir platz haben auf dem feld ihr seht schon wir stehen etwas breiter einfach nur für die anspielstation das war jetzt ein r1 druck passt das ist jetzt zur nächsten sache das tutorial kommt noch so und hier wieder l1 und ich schicke direkt wie ihr seht schon der stürmer läuft weil ich geschickt habe vorher nimmt die annahme wir drehen uns von gegner weg schießen drauf verkacken aber so läuft es ungefähr das weiß auch nicht perfekt gespielt von mir das war jetzt ein bisschen verzögert aber ihr seht wenn wir diese leute vorne eben dadurch dass wir das diese l1 pässe machen und dadurch haben einfach die chance wieder auf den zweiten ball zu kommen und den ball zu kriegen so ein gegner wieder den ball wir gucken wir laufen nur zu wir gehen nicht aktiv drauf stellen einfach alles zu damit wir eben das machen können bei bei bekommen soll ich gucke den ball an schicke gleichzeitig mein stürmer spiel durch verkack es aber das ist nicht schlimm ihr seht wir haben es auch immer wieder sechs mann gegnerischen strafraum so wieder zugestellt bald abgenommen und ich gucke wieder so l1 pass einfach um den doppel zu machen er läuft und läuft und läuft spiele vorher auf ihn anders er hat das natürlich abgebrochen weil er gesehen hat bei könnten wir verlieren wieder doppelpass und l1 schicken einfach nur für die für die anspielstation und drin mehr ist es nicht dass das ganze geheimnis gefallen hat lassen aber und like auf jeden fall da können auch in die kommentare schreiben was kann ich verbessern was soll ich anders machen worauf habt ihr bock weil im folgenden video habe ich schon gesagt dass fifa ist für mich ein bisschen todig wird es öfter wieder solche sachen machen schreibt mir einfach worauf ihr bock habt schreibt in die kommentare welche aufstellung als nächstes sehen wollt es wird es öfter sowas geben